Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir das Montag Handyspiel. Es kostet jetzt 490, ich habe es mir gekauft. Ich habe es mir gekauft. Ich habe es mir gekauft. Meine Freunde. Man spielt keine schon von Videos und wenn man das auch noch spielt. Aber es kann auch noch ein Super-Spiel geben. Ich hätte etwas besser sein können. Das ist eine größere Liste. Das ist auch bis zu klein. Ab 12, glaube ich. Das ist ein Körter. Und das ist ein Körter. Und das ist ein Körter. Das ist ein Körter. Ja, Moin. Woohoo! Big Mac, ich bin den einfach weggegangen. Ja, Moin. Ich bin den einfach weggegangen. Yippee! Lerenz hat das Toil. Rein in die Olga. Wie ist es? Alle echt. Jawohl. Ich bin's, Tim. Bäh. Ich muss gerade gucken, ihn dann auch mal rauszupfen. Ich habe nur bei Fortnite wieder so ein Facecam, das mir leid verfolgt. Ich muss das Video zum Beispiel zum Beispiel zum Beispiel am Kanal. Aber nur das Video, was man im App dort sieht. Irre, genau. Voila, ich nehmt euch alle ab. Yippie! Yippie! Ey, wir sind doch völlig los. Hier ist mein Geschenk an euch. Ich hab nicht mehr viele Leben. Wir sind doch völlig los. Ganz wenig Leben nur noch. Ganz wenig Leben. Vielleicht geht's nochmal Level-Coins. Level 3 spielen wir noch und dann schauen wir nach, ob wir uns was kaufen können. Jetzt geht's los, Digga. Ich komm, Kylo, Papi, ist bald da. Ich komm, Kylo, Papi, ist bald da. Bist dich, du Uhrensohn. Und dann geht's los. W m m m m m m, Baby! Ich hab leider vergessen, jetzt auch ein Sturm schlug, ich bedanke mich deinen Atmen abblocken. Oh, wirklich jetzt geht's an! Besser ist das Digga! WACH DU! Ries dich! Du Rides Thorn! So hier. Ich bin jetzt nicht können, jetzt nicht zu sehen. Ob man fehlen oder man sich dafür zahlen muss, muss jeder selbst wissen. Jetzt kauft, baut er natürlich. Jetzt kauft er den letzten Worker. Ich hab's einfach gekauft. Ich weiß noch, ob er eine Bauer eingeben muss. Also für irgendwas testen halt. Jibbi! Mann, 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 baby! Holy shit, gleich lässt du dich sterben? Jibbi! Läuft, ich kratzt gleich ab. Woof! Läuft, ey, ich kratzt gleich ab, man. Keine Leben mehr. Keine Leben mehr. Ja, ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Wenn das lebt. Jibbi! Wiederschauen und reingehauen. Okay, Leute, ich bin nicht so gut in dem Spiel. Jetzt geht's los, Digga, ich komme. Probier mal das Spiel zu. Ich komm, Kylo, hab ich's vergassen. Ich hab jetzt das Spiel gehört, wo Kylo, hab ich's vergassen. Und was gibt's heute? Jibbi! Heute zu dem Teppel, wo ich das Video aufnehme. Jetzt geht's los. Ich hab' die Hähnchen. Ich hab' die Hähnchen. Ich hab' die Hähnchen. Und das Spiel, glaub' ich, oder? Lauch. Und das wird zu lecker. Und das wird zu lecker. Wie schmecken euch meine Kugeln? Hier kann man nachladen. Ich will nicht mehr, dann ist das Level endlich vorbei und die Level nerven sich derart derart. Schau ich bin sehr schlecht in dem Level. Meine lieben Freunde, ich kann das Level überhaupt nicht. Ich bin sehr schlecht. Noch mehr Let's Plays von so einem Losten-Spieler wie mir. Ja Moin. Voila, ich knapp euch alle ab. Big Mac, dann den einfach weg Digga. Moin. Bisschen für Schnaufbau, ne? Wie schmecken euch meine Kugeln? Bisschen für Schnaufbau, ne? Bisschen für Schnaufbau, ne? Bisschen für Schnaufbau, ne? Das schaffe ich nie. Besser ist das, Digga. Hilft zwar. Ich bin unfähig. Ein letztes Versuch gäbe es zwar noch. Ich bin der lustigste Spieler an dem Handy. Jetzt geht es los, Digga. Ich komme. Ich komme, Kylo. Was ist das? Was? Uh. Verpiss dich wirklich mal, dumm, dumm. Jibbi. 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 Heißt. Junn. W系ion zu richtig. Jibbi. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch überlegen. Oh, ich muss auch überlegen. Hört nicht so was auch. So das hätte wir nicht sein müssen jetzt, diese Nachricht. Ich vergesse nicht schon anzumachen, aber jetzt wach ich nicht mehr. Lass euch alle ab. Okay, schaue ich schon wieder. Wir schwenken euch, meine Jüngö. Gott, auf den vemosern! Ich bin weg, Sylvarch. Vielleicht lässt du mich stärken? Hilft's mal! Ey, wir sind doch völlig in Durst. Big Mac, band ihn einfach weg, Digga. Bitte, du hast das Level geschafft, das Level. Wenn das Level so schwer war, würden dann die anderen es sein, meine lieben Freunde. Die vierte Etatsache, ich bin mir jetzt nicht mehr. Was ich mir jetzt auch noch machen kann. Wir sparen jetzt. Dann machen wir mal eine Gratis-Drehung. Das Memet sogar, Memet. Hier ist ja nicht der Döner-Memet oder der Waffen, Digga. Ich Cotton! Eine Sache wollen wir noch öffn, halt. Einen Dreh machen wir noch. Einen letzten Dreh machen wir noch, einen letzten Dreh. Na gut, die Dinge sind drei. Hallo eure guten Dünge, sind drei meine Freunde. Einen allerletzten Dreh machen wir noch. Dann den Allerletzten machen. Dann den Allerletzten machen. Dann den Allerletzten machen. Das ist der Allerletzten. Ja, ne Kiste. Schauen Sie sich mal alles an, Freunde. So. Irgendwo, ob ihr was Neues kriegt. Das ist der Allerletzten. Wie lange ist das? Das ist nicht mehr. Das sollte das heutige Video gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt rein, ob ihr noch sowas bringen soll. Ich hätte Bock, nochmal das Spiel zu spielen. Bis dann und reingehauen. Tschüss meine lieben Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.